Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. In der letzten Folge haben wir den zweiten Orden gegönnt. Ja, wir haben jetzt... Oh, wir haben eine Spielzeit von 20 Stunden, weil ich die Switch-Diga zur Nacht anhatte. Das ist natürlich nicht so gut. Wir haben jetzt gestern Misty besiegt. Das ist ziemlich nice. Und ist unser Team eigentlich geheilt? Ich glaube schon, dass wir es geheilt haben. Ja, perfekt. Denn wir müssen jetzt nochmal zur Nugget-Brücke zurück. Da, wo wir unseren Rivalen schon mal geklatscht haben. Und dort müssen wir dann weitermachen. Denn wir wollen ja zu Bill hochrennen und gucken, was da so ein Mitarbeiter abgeht. Denn in dem normalen Spiel braucht der gute Bill unsere kleine Hilfe. Und ich bin gespannt, ob er die auch wieder braucht. Oh, ist Magbo? Alles gut, Digger? Ja, da hinten ist... Oh, was ist da? Oder? Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, gut, machen wir einfach mal hier auf der Route weiter. Ich bin gespannt, was uns da oben noch so alles erwartet. Nugget-Brücke, ja, so wie immer eigentlich. Ich glaube, fünf Trainer sind das. Und danach kommt der Team Rocket Guy und fragt uns, würdest du unserer Crew beitreten? Und wir sagen natürlich... Also wir wollen alle natürlich ja sagen, aber können es nicht. Das ist das Problem. Ich glaube, jeder wollte schon mal ja sagen bei der Nugget-Brücke. Und immer noch, ich habe jetzt da rausgefunden, äh, Britzelturbo ist die OP-Hater-Geschichte hin. Immer an Crit, immer First. Schon ekelhaft irgendwie, ja. Schon mega ekelhaft. Ähm, ich brauche immer noch so einen kleinen Plan für Major Bock. Ich, äh, Bock, genau, Major Bock. Ich weiß immer noch nicht, was ich da genau usen soll. Eigentlich wäre ein Diktar ganz nice, was ich dann vielleicht noch bis zu Diktri entwickeln könnte. Muss ich mal schauen. Ich muss einfach ein hochgelistetes Diktar in der Diktar-Hürde holen, im Diktar-Tunnel. Oder... Äh, vielleicht finde ich ja noch einen Nidora, obwohl wir kriegen keine Erbeben davon, ne? Also mit dem Doppelkick kann ich auf jeden Fall auf das eine oder andere Magni-Tilo draufhauen. Also mit dem Doppelkick von, äh, Pikachu. Aber dann kommen natürlich auch die ganzen behinderten, äh, Elektro-Pokémon, die ich nicht mit Pikachu wegklatschen kann. Und da hat es dann wieder ein paar Probleme. Das ist halt auch das Ding. Deswegen wäre ein Boden-Pokémon eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr aus dem Kopf, was der für Pokémon am Start hat. Ähm, aber ich weiß, dass wir definitiv nicht nur mit unserem derzeitigen Team durchkommen. Vor allem haben wir, wir haben sauviele Flug-Pokémon. Wir haben, haben wir ein Wasser-Pokémon? Ich weiß gar nicht. Äh, doch, Karpadon. Wir haben auch ein Wasser-Pokémon am Start. Wir sind richtig aufgeschmissen in der Arena. Wir haben ein Elektro-Pokémon, was Pikachu ist halt, ne? Was auch nicht sehr viel reißen kann in der Arena. Ja, ähm, an sich müssen wir definitiv noch ein paar neue Pokémon fangen, die wir ins Team nehmen. Aber was für eins. Also außer, das ist so ein Dick da natürlich. Ja, Sandan wäre auch geil. Ich glaube, Sandan habe ich schon, oder? Habe ich eins? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich eins habe. Aber wäre mal gut herauszufinden eigentlich. Äh, ich gucke gleich einfach mal nach. Weil, das könnte ich auch schon mal ein bisschen trainieren. Das wäre vielleicht auch ganz nice, wenn wir das noch im Kampf dabei hätten. Mit Giftstachel, ja. Oh, hat er schon eine Gesteins- oder Bodenattacke am Start? Ich glaube nicht, oder? Das wäre zumindest ziemlich sick für die Arena. Wir können ja gleich einfach mal gucken. So. Übrigens, vielen Dank für die bisher so positive Resonanz auf das Let's Play. Das hat mich sehr gefreut. Und, ähm, ich hoffe, das wird sich so beibehalten. Das würde mich sehr freuen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten noch bei dem Game. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben. Ihr freut euch drauf. Einige haben gesagt, ja, ich gucke das jetzt bei dir. Aber eigentlich habe ich nicht so Bock auf das Game. Ähm, ist auch legitim. Es ist jetzt kein Must-Have-Game, sage ich mal. Ähm, okay, Kleinstein können wir mitnehmen eigentlich. Äh, aber was nehmen wir raus? Wir haben, wir haben nicht 1.000 T-Fan. Eigentlich könnten wir... Ich kann halt nicht Bibor und Smedbo drin lassen. Ah, Goddammit. Was nehmen wir raus? Boah, schlimm. Mirabler eigentlich, ne? Weil, ja, Smedbo und Bibor sind eigentlich relativ geil. Ähm, ja, lass das einfach mal so. Haben wir schon mal zumindest Kleinstein drin. So. Was geht? Ich bin die Nummer 4. Na, wirst du so langsam büde? Eigentlich nicht. Ähm, warte mal. War da jetzt noch einer drüber? Oder waren das jetzt nur 4 Trainer und der Team Rocket Rübel? Ich habe keine Ahnung. Egal, was hast du am Start? Du hast eigentlich einen Mautzy. Mautzy auch sehr krass. Ich weiß gar nicht. Kann man irgendwo hier auf dem Route noch einen Mautzy finden? Ich glaube von Lavandia Richtung Saffronias Richtung... Doch, nee, Prismania City war es. Kann man, glaube ich, eins finden. In den Original-Spielen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich glaube schon. Vielleicht werde ich mir auch noch einen Mautzy gönnen. Das ist nur Bidikat. Ähm. Aber, ja. Bis... Also, ich habe halt keils rumlaufen sehen, bis auf das Team Rocket Routzy und... Ah, es sah so cute aus eigentlich. Eigentlich ist es schon ein cooles Pokémon. So, wenn es hinter dir herläuft. Okay, noch ein Trainer ist hier und dann können wir uns den Team Rocket Dude vornehmen. Der immer noch undercover da rumsteht. Also, sonst sind die immer so richtig offensichtlich überall mit ihren Scheiß-Kucken am Start. Haben ein riesiges R auf dem T-Shirt. Aber der ist undercover unterwegs. Warum auch immer. So, macht gar keinen Sinn eigentlich. Weil er uns innerhalb von fünf Sekunden eh sagt, dass er zu Team Rocket gehört. Ähm. So. Besiegt. Aber ich fand, die Nagelbrücke war halt sowas relativ nice. Ist so... Ist so... So ein... Äh... Ja, es ist... Der erste Ort, der... Keine Ahnung, so eine kleine Challenge sein soll. Ey, hier sind fünf Trainer da. Drei mal durch und macht die mal fertig. Hat... Ist auch ein cooles... Äh... Gimmick, sag ich mal. Ähm. So, Käfersammler besiegt. Zwei Super... Zwei Superbälle erstmal bekommen. Perfekt. Okay. Na, was geht, Bruder? Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle fünf Trainer besiegt. Hier, dieser großartige Preis ist für dich. Nugget. Yay. Äh... Übrigens. Und das bleibt unter uns. Möchtest du nicht Team Rocket beitreten? Ja, und dann... Weißt du, es bleibt unter uns. Da stehen noch fünf weitere Trainer neben dir. Aber du, äh... Ja. Verwandelt sich trotzdem in einen Team Rocket Mitglied. Ich check's nicht. So, voll... Voll offensichtlich eigentlich. So. Briefly von Team Rocket. Setzt Zubat ein. Okay. Zubat ein sehr, sehr krisis Buchon auf jeden Fall. So. Ähm. Blitzelturbo. Nice. Und Zubat ist... Down. So muss das. So muss das. Volltreffer sogar. Okay. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass es hier einen Volltreffer gibt bei der Attacke. Ach. Echt schlimm mit der Attacke. Richtig schlimm. Smogon. Okay. Äh... Boah. Ich muss sagen, dass die Team Rocket Pogon echt die schlimmsten sind. So. Smogon. Cyborg. Also fand ich bisher echt, äh... Am uncoolsten. So. Als Gegner jetzt. Also nicht vom Style her, sondern einfach als Gegner. Ist einfach ekelhaft. Die Vergiftung vor allem. Genau wegen sowas halt. Richtiger Abfuck halt. Äh. Ähm. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch 9 AP drauf. Okay. Bäm. Smogon ist down. Ich hoffe, wir haben noch Gegengift am Start. Weil ich hab keinen Bock jetzt runter zum Pokémon-Setter nochmal zu gehen. Weil wir ja noch die ganze Route da wegflexen müssen. Bis Bill. Also wir werden wahrscheinlich auch den einen oder anderen Trainer noch kurz überspringen. Aber... An sich... Ja. Was an der Verschwendung von Talent. So. Haben wir noch was am Start? Nein. Okay. Äh... Irgendwann wird die Vergiftung wahrscheinlich schon weggehen. Das sollte schon passen. Irgendwann. Wir machen hier direkt Fastway to Bill. Okay. Da müssen wir drauf vorbei, leider. Ähm. Ach, zur Schneide haben wir auch noch nicht. Sonst können wir das Item holen. Damn. Okay. Zwei Kämpfe hier noch. Und ich glaub, dann sind wir sogar so gut wie durch. Dann können wir, glaube ich, weiter ausweichen. Dann kommen wir direkt zu Bill. Goldini. So. Das ist perfekt. Da können wir nämlich easy mit unserem Britzelturbo durch. Bam. Und Goldini ist down. Ah, ich bin immer noch verzweifelt, was wir gleich in der Räder benutzen sollen. Wobei die, glaub ich, auch nicht viel höher als 20 sind, glaub ich. Na, auf 25 höchstens. Deswegen, I don't know. Ich weiß gerade echt nicht, was ich am besten nehmen soll. Ah, ich kann denen sogar auch ausweichen. Try hard. Ich dachte, oh geil, das ist ein Item. Rennen wir da hin. Dann ist er direkt ein Trainer. Oh Mann. Fuck. Okay, du huschst wie viele Pokémon am Start? Zwei, okay. Geht er noch. Mirapla. Alles klar. Ja, aber jetzt wird der Toro aber trotzdem ohne Mengen an Damage machen. So wie ich die Attacke kenne mittlerweile. Die ist halt echt schlimm, die Attacke. Die ist halt richtig schlimm. Also die E-Mail-Attacken sind ja auch ziemlich schlimm. Aber das ist ja auch wieder next-level ekelhaft, muss ich sagen. Wirklich next-level ekelhaft. Oh Gott, ich liebe diese Musik. Diese richtig nice Oldschool-Musik. Man hätte vielleicht einstellen können, dass man auch irgendwie so ein 8-Bit-Radio am Start hätte. Das wäre auch ziemlich krass. Würde ich mega abfallen. Ah, nice Musik. So. Ja, Mirapla. Ich würde sagen, you're down. Nice. So, was ist dein nächstes Pokémon? Hast du vielleicht mal was ordentliches am Start aus der Mirapla? Das wäre jetzt ziemlich sick, weil Mirapla gehen so lange und so echt auf den Piss. Ich habe jetzt nicht hingeguckt, was er sch- Ah, fuck. Taubsy, okay. Ja, das geht jetzt schon easy klar. Ähm. So, Britzelturbo. Wird easy one-up werden. Und down. Nice. So muss das sein. So, Taubsy ist down. Und da lässt du den Pokémon kriegen. Auch ein Fahrungsmunkte. Perfect. Giori Theresa. Die nice Dame. So, was haben wir hier? Eta. Perfekt. So, jetzt gehen wir rüber zu... Ach, kennen wir noch nicht, oder was? Nein, da kommt noch ein Trainer von. Aber, da der aussieht wie eine Angela und wahrscheinlich auch nur, was der Pokémon haben wird. Nice. Das passt perfekt. Denn wir haben ein Pikachu. Kapador. Ja, tut das gut. Du, 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 du. Du, 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 du. Britzelturbo. Bam. Kapador ist down. 5. 5. 95 Erfahrungsfunkte, so muss das sein. So, und vergift umschadet uns. Nah, ab, fuck ey. Aber wir überleben, das Ganze hier auch easy, deswegen passt das schon. Krabby auch mit einem Start. Krabby, Krab, Krab, Krab. So, Torydo, let's go. Bam. volltreffer und easy down ja gott dieser attacke ich glaube ich so drüber aufregen aber ich setze auch die ganze zeit einfach so wenn mir was doch vorgelegt wird warum sollte ich nicht einsetzen trotzdem reg ich mich drüber auf weil alle die schon ziemlich op die attacke muss man einfach sagen okay da ist so ein coach trainer ist noch ein item am chillen ja hier unten ein lok parfüm warum auch immer die nicht einfach rauch heißen wie pokémon go warum schutz hier spray schutz heißt keine ahnung das ist alles aber wir sind da bei bill und ich sehe schon da ist irgendwas schief gelaufen bei dem dude aber krasse maschine muss man sagen wenn das alles selbst gebaut hat krasse tut auf jeden fall der der ist parkmann behind the table ein lidorina hallo ich bin ein pokémon spaß beiseite ich bin natürlich ein pokémon nämlich einfach bill ich bin ein waschechter pokémoniak was guckst du mich so an du hast mir kein wort oder was ich lüge aber nicht mir ist leider ein experiment was glückt ja wir wissen schon was passiert das ja wir helfen ja ganz kurz weil du gibst uns das ticket für die msn und ja wir brauchen dich wir brauchen eine hilfe bro früher als ich nicht wusste wie es weitergeht war schlimm dann wird nicht mal hier hoch gegangen beim ersten mal durch spielen des spiels ich bin einfach runter gegangen hat die ganze nicht verstanden warum ich nicht auf die msn komme das hat mich mega abgefuckt mega warum komme ich da drauf und ja dann war es einfach darin dass wir zu bill erst mal müssen und der abstand das ticket gibt alles explodiert und dass die lorina haut ab und bill sieht aus wie ein mother fucker hier so live man hieß live puh tausend dank du hast echt was gut bei mir hey was sie meine augenländer du trägst in deine beutel die eine pokémon box mit ja 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 interessant und rösten brotsticket von von bill bekommen warum nicht ich das noch mal msn ticket warum bootsticket digger aber gut danke dir mein freund dass du uns fürs retten eines lebens einfach mal so ein bootsticket hinterher wirst war beides nicht gerade werfen so bootstick ist das schon sehr heavy vor allem sehr interessant wir nehmen das bootsticket gehen rein aber gehen vor der abfahrt wieder raus eigentlich so total unnötig so voll die verschwenden wenn ich noch mal drüber nachdenke der bruder warte ich helfe dir net bro alter ist ja voll der krasse name für ihn smed bro der heim alter smed bro war voll der killer name ist lustig ist beim ersten mal durchspielen ich einfach hier runter gerannt die ganze zeit habe mir so irgendwo muss doch noch ein item sein wird einfach dann darunter gefallen da habe ich bin noch nicht mal fertig gemacht wollte erst mal die route abstehen und schicke und die die polizistin okay erst mal pokémon hat das ist das wichtigste dann kümmern wir uns auf die weitere um den weiteren verlauf des spieles hat ja schon leute ich mittlerweile schon andere attacken für mich ich meine kann ja sein dass er nach jeder arena irgendwie neue attacken hat wäre auf jeden fall sehr interessant der band konnte ich noch mal gut anfall lernen auf level 37 unter bibo das ne ziemlich schlimm hat keine neuen attacken schade aber gut was ich mich gerade frage ist aber eigentlich das hause ich glaube das müsste das her sein genau die dass dieser samen hier kann ich das schon holen wenn ich mindestens 30 proben gefangen habt jo band ne wie viel habe ich denn bisher gefangen wie viel habe ich denn bisher gefangen nachdem nicht mal so viel das sind nicht mal 18 ja müssen wir nicht drüber reden glaube ich müssen wir nicht drüber reden ich habe 20 insgesamt jetzt ungefähr wenn ich die wicklungen mit zähle aber ja immer noch viel zu wenig deswegen leute fangt viele pokémon ein ja hier ist ein einbruch gewesen jetzt kommt meisterdetektiv pikachu zum vorschein ne der kümmert sich um den tatbestand er lächelt einfach nur und sagt nichts wie er am dauergrinsen einfach ist der könnte sterben der könnte verrecken ich könnte vor ihm sterben er würde einfach grinsen und lächeln und sich freuen pika pika ich habe ihn bisher noch nicht traurig oder so gesehen immer nur am lächeln und grinsen schliffes pokémon eigentlich so das rocke tut es geht bruder du kannst du nicht einfach so in anderen leuten garten rum schliffeln du bist doch selber hier eingebrochen also schimmer deine leben alter also bitte bruder bitte radikal aber ich sagen jetzt go pikachu so ja natürlich kennt man ja müssen wir mittlerweile wissen was kann diese attacke ist so hälfte ist abgezogen wenn es dann noch einer ist auch paralysieren würde das wäre heftig also kritten first attack und paralysieren dann war das eine übertriebenste op attacke und dann noch 100 damage oder so alter so eine richtige ekel attacke und nichts hat prio bei der attacke gar nicht also keine andere attacke kinder prio haben die ist halt immer für licht schützwerden lernen das wäre nicht ganz dick muss ich sagen lichtschiff wäre schon geil weil wofür brauche ich dann aber ich habe ja britzelturbo also britzelturbo sind gesehen ruckzuck und donnerwelle eben besser kann eigentlich sein gift bruder fürs medbo schlaft oder brauche ich nicht ob sie 15 flügelschläge das kannst du gerne erlernen stadt windstoß so kleinsten auch noch ein level ab dass der cool das recht ziemlich cool nice one er geht auch noch ein level da ist der trainer alter an uns richtig gute level abgebracht ich war dein leben schaufler das ist dick das ist sehr gut das kann man gut gebrauchen kapikato schaufler lernen das wäre auch schon mal eine geile sache ich glaube aber nicht warum sollte der schaufler lernen können er kann es lernen geil perfekt wir machen unsere unser pikatsch einfach zur tötungsmaschine älter bezahlangriff und angriff sei nicht gleich deswegen heute donnerstag raus und gegen schaufler bin ich mal gespannt machen die einfach zur tötungsmaschine und auch siedewasser ist eigentlich auch sick aber das kann keiner lernen fuck it irgendwann wenn ich ein geradus habe aber es kriegt auf jeden fall auch nicht so viel ne siedewasser oder aber wir können hier gehen und mal schauen was die fukloman am start sind hier geht es dann direkt zur pension und ahhh ein vulkanu ist es denn wahr ich glaube ja nicht das ist einfach ein vulkanu am start geil direkt mal fangen ich bin mir gar nicht drauf klar einfach ein vulkanu instant ins team nehmen das ding gibt nichts geileres alter nichts geileres als ein geiles arcani leute wirklich ein gutes arcani ist echt schon nice so bborrechte wird zwölf nice one oh my god einfach ein fucking vulkanu so ähm was ist denn noch und abra das wäre auch sick oh da hatte ich schon zwei teammitglieder am start das wäre perfekt das wäre richtig das wäre richtig gut weil ich wollte abra und auch gerne vulkanu mit ins team nehmen und das wären dann zwei pokémon die schon mal im team hätte oh my god das wäre ziemlich geil nice one arcani und simsala geile pokémon boah nice one dann noch äh dicktree am start arcani simsala dicktree bibor und pikachu alter dann kann ich immer noch ein anderes pokémon mit ins team nehmen wahrscheinlich kaper würde er will tarnsteine rauswerfen geil feier ich feier ich tarnsteine ist ganz gut können wir auch gut in arena dann nutzen die gut ist gut die gefällt mir echt sehr muss ich echt sagen die gefällt mir sehr die gute so drei super berlin naja da muss ich nicht reingehen da gibt es nicht obwohl ich kann man ganz kurz zeigen er gibt es wie gesagt eigentlich nichts besonderes aber ja da ist ein kleines titel hinten und coole zuchtstation kann man sich mal können zwischendurch da wartet unser rivale sogar schon der gute racer wartet hier was geht bruder oh hey solo ja sag mal boy da kommt man anscheinend nicht durch ja ziemlich beschissen würde ich sagen ziemlich beschissen ja juckt mich aber nicht denn ich bin der übertrieben krasse rater digger ich gehe auch etwas so dadurch weil ich geil bin ja der ist auf jeden fall selbstbewusst der ball hat uns irgendwas gerade gegeben er hat nur gesagt dass mein haar glitzt hat danke timo danke dir und beleber haben wir bekommen wir freuen uns gerade ziemlich gut mit unserem kollegen an er gibt uns beleber und sagt dass unser haar glitzt hat das ist auf jeden fall sehr süß von ihm einfach rutscht jetzt hier bitte nimm ruhig an uns ich hab zwei am start eigentlich würde ich am liebsten im stich lassen du bastard weil äh digger du kannst mir nur im weg stehen eigentlich im ernst du hast die von diesem sprechenden pogrom bekommen ach du vollidiot alter du hast wahrscheinlich schiss vor dem ding gehabt ne aber ich war so krass und hab mich darum gekümmert so äh ja konversation mit razer wie man sie kennt ähm wir müssen hier direkt runter in den guten weiß ich wie nennt man die dinge einfach nur tunnel übergangstunnel ich hab keine ahnung wie man die nennt ja sehen genauso aus wie in den alten spielen haben ein paar pokebälle links und rechts am start ich glaube jetzt ein paar mehr als im originalspiel soweit ich mich erinnern kann gab es hier nicht so viele oder überhaupt eins ich hab keine ahnung okay da war nur eins bisher ach siehst du da ist noch eins ich wusste doch dass es nicht das einzige ist wir müssen jetzt glaube ich ganz saffronia city einmal ne friswania city war das ne ne saffronia city müssen wir gerade einmal überqueren friswania city war die stadt mit der spielhalle wir sind gerade so unter saffronia city her und jetzt auf gute 6 ich muss aber mal oh ich muss meine pokona steampunk die ich mitnehmen wollte das hat bloß gerade noch so gut eigentlich eigentlich schon da ich will auch meinen akkani und mein apra mit dem team haben schon ja das gerade sehr das struggle so ich weiß nicht das ding ist es berührt mir jetzt gerade eh noch nichts weil ja also wird mir später auch nicht viel bringen weil es hat immer noch da ist einfach auch ein fucking vulkaner als ob weil es hat einfach ein typ flug pokémon ist und das bringt mir jetzt gerade nicht hier oder nicht das ist gar kein flug pokémon ist es ist okay trotzdem ich werde das mal so belassen wie es ist vielleicht gerne meine team pokémon gerne trainieren also die ich auch später im team haben will ich habe jetzt so viele pokémon zur auswahl ist mein problem gerade ich weiß ich habe richtig hart was angeht viel zu viel wo man zur auswahl sollte daraus bauen hätte kuhl wurden sie so antrode bastion sehr gut so jemanden vorbei hier das war ein entorn und an beiden vorbeigehen haa schrecklich oder kann ich auch an einem vorbeigehen muss den anderen nur besiegen ich habe keine ahnung aber noch machen wir einfach mal den camper raffael fertig mit klub fenster ekelhaft hast du das ding drecks zu fenster weg mit dir wäsch mit dir blitzel dobo let's go auf der fenster würde nur hälfte hälfte ja gar nicht cool und wickel ist ebenfalls nicht geil ist es eigentlich egal sind wir immer high roll krit oder das ist immer noch ich weiß gar nicht wenn man kritisiert ist man immer ein high roll attack ich habe keine ahnung würde mich aber mal interessieren warte ich glaube sie muss gerade in dem wohnzimmer ich glaube ich frage ich ein bisschen mehr nicht mini Okay, ich habe gerade herausgefunden, dass ich trotzdem noch Hyrule Attacks raushauen kann. Also es tendiert immer noch Wie stark ich Ja, ob ich einen schwachen Angriff mache oder einen starken Angriff Ob ich Glück habe sage ich mal, obwohl ich eh immer schon critter Behinderterattacke einfach muss ich mal sagen Behinderterattacke Ja, wir können einfach vorbei. Perfekt. So, Orania City Erstmal ins Pokémon Center An dem alten Mann da vorne vorbei Und let's go So Ich glaube aber ja gut ich glaube aber wir machen jetzt erstmal schluss für die folge in der nächsten folge betreten wir dann die MSN Und versuchen dann auch mal das dick dazu fangen weil Ich glaube das machen wir direkt als erstes in der nächsten folge und trainieren das über die MSN halt verteilt noch mal Weil es ist eigentlich ganz gut zum trainieren nur wasser pokémon meistens kann ich ganz nice mit pikachu durchhauen Und die anderen pokémon werden dadurch auch trainiert Ja und dann mal schauen dann müssen wir halt die narinleiter besiegen Leute ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann und schau euer soro mit pokémon let's go pikachu Pikachu